Weihnachtsgrüße an alle. Bitte entschuldigen Sie mein Deutsch, dass es schon lange her ist. Ich bin David Guetta und ich habe BerlinBergade.com im Jahr 1997, also vor fast 25 Jahren, gegründet. Waren all diese Zeit sind die Feiertage immer etwas Besonderes, dass Sie, mich und andere an die langst vergangenen Weihnachten in der geteilten Stadt erinnern. Weitweg von Zuhause, weitweg von Familie und Freunden. Aber es war immer etwas Besonderes, dass wir unter neuen Freunden, neuer Familie, waren an die Feiertage gemeinsam mit den großartigen Berliner Verbrachten. In diesem Sinne möchte ich diese Zeit nutzen, um Ihnen allen, der Veterans of the Berlin Brigade, der Familie, der Freundinnen und vor allem den ganz besonderen Menschen in Berlin, ein glückliches, gesundes und erfolgreiches neues Jahr. Es ist mein Wunsch, dass 2022 ein viel besserer Jahr werden, als es 2021 und 2020 gemalt waren. Auch, ich wünsche dir heute, morgen und jeden Tag für alle Seiten nur das Beste. Mein Freundin, frohlicher Weihnachten, frohes Neujahr, vielen Dank, auf Wiedersehen, Tschüss.